Lohnt es sich, ein Festgeld abzuschließen? Welche Überlegungen sollten Anleger anstellen? Und wie sind eigentlich die optisch attraktiven Zinsen im Vergleich zur jüngeren Historie in einen Gesamtkontext einzuordnen? Ich habe hier zunächst mal die Renditen abgetragen, die mir zwei Banken, bei denen ich selbst Kunde bin, aktuell anbieten. Zum einen, Sie sehen es hier, die Deutsche Bank in blau dargestellt, die Consors Bank zur BNP Paribas gehörend entsprechend hier in rot. Und Sie sehen schon, ich habe hier auch die Rendite von deutschen Staatsanleihen abgetragen, bei der Rendite von Staatsanleihen aber natürlich zu berücksichtigen. Wir haben zum einen Transaktionskosten beim Erwerb der Anleihe, aber gegebenenfalls auch Depotgebühren, die vielleicht auch volumenabhängig sind und in die Gesamtbetrachtung einzubeziehen sind. Aber was wir hier sehr gut sehen, wenn wir beispielsweise zweijährige Laufzeiten betrachten, dann sehen Sie hier, die PA-Rendite der deutschen Staatsanleihe liegt relativ komfortabel über der Rendite der Festgelder. Für Anleger, die einen vernünftigen Zugang zu den Kapitalmärkten haben, sprich die in der Lage sind, Anleihen zu angemessenen Transaktionskosten zu erwerben, für die macht es durchaus Sinn, sich nicht im Festgeld zu engagieren, sondern die höhere Rendite über die Staatsanleihe zu vereinnahmen. Wenn man dann beispielsweise nicht nur in deutsche Staatsanleihen investiert, sondern noch Frankreich in Betracht ziehen würde oder das Ganze erweitert auf Pfandbriefe oder quasi Staatsanleihen mit Emittenten, dann sind hier aktuelle Renditen möglich, die oberhalb der Festgeldrenditen liegen. Zudem unterliegt man nicht der Thematik, dass es sich um eine Forderung gegen die Bank handelt. Kein Gegenparteienrisiko. Wertpapiere sind Sondervermögen. Und noch dazu kommt bei Anleihen eine höhere Flexibilität, weil sie können eben auch Vorfälligkeit veräußert werden. Ein Festgeld kann eben nicht vorzeitig gekündigt werden. Hier ist man immer auf die Bank angewiesen. Das heißt, insbesondere bei größeren Summen gilt, nicht einfach das Geld auf Festgelder verteilen, Zinshopping betreiben, sondern sich die Adressen genau anschauen, zu überlegen, was sind die alternativen Renditen, wie ist mein Zugang, verstehe ich die Vor- und Nachteile der verschiedenen Instrumente und dann eine entsprechende Wahl zu treffen. Und insbesondere für betriebliche Anleger, aber natürlich auch vermögendere Privatanleger, macht es durchaus Sinn, ihre Rücklagen anders zu strukturieren, als einfach nur Festgelder bei einer einzelnen Bank abzuschließen oder dieses vielleicht auf zwei oder drei Banken zu verteilen. In diesem Sinne darf ich Ihnen ein glückliches Händchen bei der Auswahl wünschen. Bleiben Sie gesund. Bis bald. Auf Wiedersehen.